meine lieben und willkommen zurück ja heute möchte ich euch immer wieder ein duft vorstellen und zwar geht es um die kaffeedüfter ich habe hier ein paar angesammelt fünf stück insgesamt und die möchte ich euch vorstellen möchte die so ein bisschen beschreiben was sie riechen möchte so ein bisschen anregung geben vielleicht suchen ein oder andere ein paar kaffee dürfte und wissen nicht was es überhaupt für kaffee dürfte so gibt es gibt ja massig kaffee dürfte von verschiedenen herstellern und das ist ja jetzt die neue rubrik bei mir duft vorstellungen und ich hoffe es gefällt euch und dann fange ich jetzt einfach mal an und den ersten kaffee duft den ich euch vorstellen möchte ist von sharefull candle der county morning den hatte ich auch noch nicht angehabt und das soll ja nach kaffee riechen ist klar und nach muskatnuss ist auch eine kleine zimtnote mit drin und auch eine kleine karamellnote das macht den duft aber finde ich sehr interessant für die makinasen unter euch wäre der glaube nichts so wirklich ja man riecht auch ein bisschen die geschäumte milch sehr intensiv ich bin gespannt ist ja eine klein kerze also ich hab die mir nicht angehabt ich bin mal gespannt wie die sich macht wenn sie an ist und da hat auch so ein bisschen finde ich zu zimtschnecken charakter aus ein bisschen irgendwie wie ob man zum frühstück eine schöne tasse kaffee trinkt dazu eine zimtschnecke ist so in die richtung geht er ganz interessant kann wie morning weiter geht es mit einem nächsten sharefull candle duft das ist der karamell murat macchiato und es sagt schon der namen was der riecht nach karamell und nach blätter macchiato die riecht noch intensiver als die vorhergehende die riecht bisschen dunkler nach bohnen kaffeebohnen weniger nach sahne oder nach vanille ein leichter hauch vanille ist dabei karamell auf alle fällen und mal karamell extrem war was hier interessant fand hier ist kakao mit dabei kaffee mit kakao habe ich selber noch nie probiert ob das überhaupt schmeckt aber so als du finde ich den riecht interessant der kakao geht aber eigentlich fast unter weil hier die kaffeebohnen so extrem stark ist das ist ein dunkler schwarzer kaffee mit schuss karamell und schuss kakao auch sehr interessant habe ich auch vorher nie so gerochen und auch noch nie angehabt auch eine kleinen kerze und ich bin gespannt wie die wird karamell mir ja du dann geht zwar damit ein duft das ist ein mein heiß geliebter eis kaffee duft nenne ich den immer das ist mein heiß geliebter kaffee al fresco mögen auch nicht viele und der riecht für mich total nach eis kaffee absolut jetzt was von sommer der richten richtig nach milch kaffee ja nicht so intensiv also vom kalten her wie die anderen vorhergehenden hat auch wieder ein schuss karamell aber nicht so viel wo man nimmt sogar die die sind so eine leichte gebäcknote war die auf den label mit abgebildet ist also ich finde ich riecht raus können sie mal einhalten hier das gebäck ich weiß nicht wie das heißt keine ahnung nachdem riecht es auch ein bisschen und ist ein food und spice duft und gibt es leider auch nicht mehr im standard sortiment ist jetzt glaube ich meine zweite große kerze und ein paar tarts habe ich doch schon leer gemacht und sehr intensiv und für mich absolut klasse für die makinasen unter euch ist da auch wieder nichts und da freue ich mich darauf schafft dass jenny bald mal wieder neuen kaffee duft raus bringt weiter geht es mit ein auch ein jenny duft den gab es letztes jahr im herbst und das ist das sweet melbeschei und ich habe erst gedacht das wären scheitee aber nein es ist ein milch kaffee schei mit einer schönen ahorn note also hier richten wir den ahorn raus also kein karamell hier riecht man eigentlich sogar fast nur den ahorn raus dem der milch kaffee kommt dann zum nachgang man riecht jetzt sind ich meine auch irgendwie anis raus zu riechen so ein bisschen absoluter herbst winter duft extrem intensiv ich habe bis jetzt die zweimal angehabt war ungefähr zweimal abgegossen und ist echt ein hammer also ich glaube im sommer wäre der mir glaube ich ein bisschen zu heftig aber ansonsten finde ich den total geil muss ich sagen hat was freue ich mich drauf den testen zu dürfen und jetzt kommen wir zu einer neuen kerze die habe ich erst die woche gekauft oder bestellen das ist die neue von der ghost creek reihe von der reihe wo jedes land abgebildet ist das ist der türkisch koffee und der steht für die türkei ich weiß es nicht wie die kollektion heißt und den finde ich auch mega geil ist auch ein blind duft gewesen also den haben vorher nicht geworden und ich finde der hat auch wieder eine ganz andere note da geht es ein bisschen die kaffee fresco richtung bloß ohne das gebäck ist auch wieder milch kaffee aber irgendwie da kann man schwer beschreiben anderer kaffee wirklich vielleicht wie ich habe noch nie türkischen kaffee getrunken ob der anders doch schmeckt wie unsere normalen kaffees die wir so trinken ich meine auch wieder eine karamellnote raus zu riechen zucker auf alle fälle leichte note von milch also von ja von milch aber hier haben die riechen die bär die kaffee bohnen ganz anders ich kann schwer beschreiben den luft ich kann ja mal im internet gucken ob ich davon eine duftbeschreibung finden ich habe es nämlich gerade an mein laptop das wird mich nämlich auch mal interessieren ich kann jetzt schnell auf die schnelle finden tue goosqueak und wo haben wir es jetzt wo war es denn jetzt das war es nicht so jetzt bin ich mal gespannt wo der ist und der riecht nach kaffee bohnen nach mokka war mokka schmolzen nach mokka haselnuss und milch ach haselnuss das könnte das gewesen sein ja doch der riecht nicht naja doch der kaffee kommt dann wirklich zum schluss das ist wirklich die haselnuss die draus gehung hat ok cool bin ich gespannt auch wie intensiv der ist von der reihe will ich auf alle fälle noch deutschland holen deutschland steht für schön gebackenes brot das will ich unbedingt mal bestellen da bin ich auch mal gespannt drauf und ja das waren so mal das war jetzt so meine kleine kaffee kollektion ich kann euch ja gerne noch mal so erzählen was noch so für kaffee dürfte gibt es gibt zum beispiel von country candle den hatte ich auch mal gehabt den coffee shop es gibt zum beispiel noch den neuen von k&w candle ich glaube das ist expresso heißt der expresso crema den würde ich mir auch gerne noch holen der kostet bloß 34 euro das ist ein bisschen sehr viel geld den will ich mir auf alle fälle noch holen da bin ich auch mal gespannt wie der riecht dann gibt es warte muss man kurz zu von großquick gibt es noch ein der heißt auch coffee shop dann gibt es von künkel kwendel vanilla ladder zum beispiel noch von village candle coffee bean gibt zum beispiel noch den kenne ich aber nicht gerade wenn ich so wirklich village candle düfter die gefallen mir nicht so dann gibt es noch von village candle solltet karamell latte kenne ich zum beispiel auch noch nicht dann von bad and body works parry's coffee und das war's klar von woodwick der white honey da ist wahrscheinlich auch kaffee mit drin dann noch von village candle der charlotte latter sagt mir auch nichts jetzt auf die schnelle das war's gewesen so an kaffee dürften die so gibt im moment das war relativ kurzes video wie gesagt war ein kurzer einblick was alles so an kaffee dürften geben tut ich bin mal gespannt ich hoffe es gibt irgendwann noch mehr ich bin ein totaler kaffee shanky nicht nur kerzen mäßig auch so zum trinken ich liebe kaffee ohne ende und ja ich hoffe es hat euch gefallen es war doch relativ kurz gewesen und würde sagen bis zum nächsten mal und bei 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 bei